Die Tanki 92, schön handlich und klein. Auf dieser Seite eine normale Pentatonik. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich verliere mich auch manchmal drin. So, und diese Seite ist eine Mixolydian-Pentatonik. Lila mit Kupfermetallik und einem Marmoreffekt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also wer Interesse hat, das ist eine schöne kleine Reise-Tanki. Die Größe gibt es auch. Auch hier wiederum, wer eine Tanki haben möchte, individuell nach seinem Wunsch gestaltet, meldet euch bei mir. Schaut auf der Seite www.stephans-tankies.de, kann ich euch gerne eine bauen. Und ihr seht doch immer, welche verfügbar sind. Und auch hier wiederum, wer eine haben möchte, bevor eine 100, eine 1 davor steht, es wird Zeit. Und für Weihnachten wird es auch langsam eng. Also, sagt Bescheid, alles Liebe, bye!